...mal noch irgendwo eine Triple A-Stand. Ich weiß, dass die mich gleich geballert hat. Okay, ich hab wieder die Mies, ich hab wieder die Mies, ich verpiss mich. Ja. Also ich fliehe jetzt gerade von denen, die sind direkt auf meiner 6. Ja, ich hab... Was für Erkennung haben du im RWR? Die 1? Oder was meinst du jetzt? Achso, oder meinst du auf der Map? Keine Ahnung. So, ich drehe jetzt gleich mal vorbei und guck mir die Jungs mal an. Ja, die sind bei mir auf 12 Uhr jetzt. Jetzt auf 12 Uhr. Ich hab die noch nicht mal auf dem THD. Komm einfach runter hier. Dann siehst du mich schon. Ja, zwei Mies im Radar. So, ich stürze noch. 8,7 Kilometer weg. Die drehen jetzt beide auf mich zu. Jetzt krieg ich schon wieder Schiss, Alter. Manual. Maximum. Komm, lock ihn, lock ihn, lock ihn, lock ihn. Ja, ich hab ihn! Komm schon, 7,7, 7,6. Was? Komm, du blöde Wicker. Du kannst mich verarschen. Okay, 1 weg, 1 weg, 2 weg. Komm schon, du hässlicher Heli. Bam! Bam! Zwei Wicker und down ist er, der Wichser. So, Zweiter im Visier. Gewinneranhöhe. Triple A ist fallern auf mich. Smart Launch. Ah, du blöder Heli. Okay, Missile, Missile, Missile. Braking, Braking. Copy, copy. Genau, selbe bei mir. Bei dir. Scheiße, die hittet mich trotzdem noch, ey. So eine verfickte Rakete. Okay, er ist auf meiner Six High. Um genau zu sein, auf 4 Uhr. Und ich bin down. Naja, warte nicht. ultimas zelf nicht. Vist. Ohne die reminischer hier nicht. elly.